Ich habe Post bekommen von der Firma Kalida. Kalida gehört zu den führenden Wäschemarken Europas und steht für innovative Materialien, exzellente Verarbeitung sowie Liebe zum Detail. Sämtliche Produkte werden in Soße in der Schweiz entwickelt, und das schon über 75 Jahre. Ich packe hier gerade meine Textildividende aus. Diese hat einen Wert von 16 Franken. Die Pyjama-Auswahl und Größe wird vorher per Post der Firma Kalida mitgeteilt. Das Pyjama bekommt man, wenn man mindestens 20 Aktien besitzt, macht also bei einem Aktienkurs von 30 Franken satte 10%. Hierbei ist die Bar-Dividende von ungefähr 2% nur nicht einmal mit einberechnet. Nach dem Motto, nicht ohne mein Pyjama. Untertitelung des ZDF für funk, 2017